hey ho meine lieben nach meinem arzt spießruten lauf heute habe ich mich entschlossen mir was ganz was schnelles zum essen zu machen und zwar sandwich hawai ganz einfach aber lecker auf dem optikgrill ja und dazu habe ich alles hergerichtet mein gott bin ich heute schnell heute geben wir meine kleine aber feine küche über attacke und alles was man dazu benötigen haben wir eigentlich schon hier man könnte die toast scheiben jetzt noch einbuttern muss aber nicht unbedingt sein ich habe übrigens den guten golden toast den maximum sandwich toast extra dicke scheiben ja die sind mal richtig gut und was red man lange legt man einfach los das ist tostscheibe cremig mild und das ist schmelzkäse allgäuer art dann legen wir ein scheibchen unten rein jeweils also ich mache die zwei toasts jetzt absolut identisch dann fange ich jetzt gar keine experimente an ruck zuck wenn es denn aufgeht dann haben wir hier schon mal ein tröpfchen ketchup drauf und ich schaue immer recht gern dass ich vom toast außen den rand noch frei lasse dann aber jeder wird sich selber entscheiden wie er das macht und wisst ihr was ich jetzt noch vergessen habe das wichtigste die ananas fällt mir gerade eben so ein weil die als nächstes drauf kommt die hole ich jetzt noch schnell da habe ich mir wieder die ananas scheiben auch vom edeka geholt die gibt es nämlich bei uns auch im kappmarkt da unten hier könnte mir jetzt noch eine kirschle oder sonst was rein tun ich würde es immer gerne mit ketchup auf dann ganz wichtig bei mir persönlich bisschen curry pulver drüber so dann nehmen wir uns noch jeweils zwei so ecken ja sonst wird es dann am schluss doch zu viel und den anderen käse so guck mal das tisch schön aufeinander passen na wunderprächtig und gehen wir zum Optikgrill rüber hinter mir hätte man natürlich jetzt auch vorher einschalten können und schon vorheizen lassen aber Sandwich okay wird vorgeheizt ich habe natürlich jetzt nicht gewusst ob ich nochmal so schnell bin deswegen halte ich ihn jetzt erst vor er hat gepiepst, Speisen einlegen Attacke jetzt aber schnell ich schnappe mal die zwei Joshis hier so jetzt hoffe ich, dass die dieses Mal nicht wieder zu dick sind aber ich glaube das sollte gut passen ein Dicke wird berechnet und je länger sie drin sind desto weiter sackt er ja zusammen ja und jetzt heißt es abwarten und was die Joshis machen naja ein Toastbord ist jetzt im Moment leicht verrutscht jetzt lassen wir es einfach mal durchlaufen und schauen zwischendurch vielleicht mal rein dann gucken wir mal nach was der Optikgrill unter leicht gebräunt versteht ja ja komm ein klein bisschen noch gegrillt in einer Minute irgendwie sagt mir mein Gefühl nehmen sie runter die sind gut und das reicht jawohl und ausschalten naja jetzt können wir ihn offen lassen zum abkühlen dann gehen wir wieder rüber ganz klar ihr wollt jetzt natürlich einen schönen Anschnitt sehen ich auch jetzt kommt der Käse raus und das Stück lass ich mir jetzt erstmal vor der Käse schmecken also so einfach macht man schöne geile Hawaii Sandwich kein Toast Sandwich Toast wäre bloß eine Lage gewesen richtig geil richtig lecker genau das was ich jetzt brauche und Leute ich lasse mir die jetzt nicht auf meiner blauen Couch schmecken sondern direkt vorm Computer ja während ich dieses Video für euch gleich bearbeite Leute wir sehen uns ähm freundliches Kommentar Abo Daumen nach oben und das übliche wir sehen uns Tschauikowski eh ich 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 Vielen Dank.